Ja, der snipet auf mich. Ekelpaket, ey, dir gebe ich. Ja, wie leckt der denn rum? Oh, wie leckt der denn rum? Oh, wie leckt der denn rum? Hey, Tony, du hast mir den Kill geklaut. Steig ein, schnell. Da hat mich gerade einer gekillt, der war auf unsichtbar. Ne, Melikolos. Höhenvorteil mag ich gar nicht. Dat mag ich gar nicht. Oh je, dann hat's dir die Weide. Ja, ich werd gesniped von jemandem. Zack, so sieht's aus. Das ist Spezialagent. GTA Kill Team, wir haben einen relativ vollen Server diesmal. Und deswegen steigen wir direkt ein. Es war jetzt gerade eben einer in der Nähe des Trip Clubs, der die Chats hier snipet. Soweit ich weiß, heißt der irgendwas mit A ist. Tony ist auch noch da, natürlich. Muss ich mal kurz hier einleiten. Hallo, Tony. Hi, hi. Oh Gott, was ist denn da los? Kriegsgebiet. Kriegsgebiet. Ja, schade. Wo ist denn der Ace? Wo ist der hin? Also ihr seht, wie viele Leute hier von der Crew da mit dabei sind. Wir machen da schon immer einen Großteil aus vom Server. Hammer nice. Ja, das ist ein Hydra in der Luft. Ja, also am Airport, das bin ich. Ich weiß, da ist einer. Den hab ich vorhin schon getötet. Der holt sich an der Hydra. Das ist ja ganz schön was los. Aber man kann die nicht killen. Die wo, wenn die zum Eventer teilnehmen. Double Kill. Ne, das war nur ein Kill. Und der andere gehört zu uns. Das ist Hornpip. Bitter. Ja, ich flieg mal zum Flughafen. Wo ist denn dieser Ace? Ist der rausgegangen oder ist er noch da? Also Trika ist noch hier. Das ist auch so ein kleiner Problemfall. Also Floor ist schon. Ah nein, Articool heißt er. Articool, der ist da unten und macht die Militärmission. Ja, da kann man nicht eingreifen in das Kriegsgebiet, oder? Das funktioniert doch nicht, oder? Ne, ne, ne. Kann man nicht eingreifen. Schade. Aber der Typ, dieser Trika LP, den ich jetzt anfliege, der hat Tony gerade eben noch aus dem Cockpit gesnipet. Ah ja. Ja. Oh, wie leckt der denn rum? Ich habe mich aber als gerecht. Da schießt doch einer nach mir wieder. Das ist bestimmt wieder dieser Trika. Aber sowas von. Und dieser Floor gehört zu ihm übrigens, oder? Das soll auch mal gesagt sein. Der steht da unten. Ja. Das ist immer ganz blöd, wenn viele Leute auf einem Haufen sind. Dann sieht man vor lauter Name-Tags keine Spieler mehr. Keine Spielersymbole. Oh, ne Hydra. Ne Hydra. Tschüss. Ah, ich sehe schon. Da ist einer auf dem Macebank Tower. Ja. Und der snipet auf mich. Ekelpaket, ey. Die gebe ich. Zack, so sieht's aus. Ansonsten TeamSpeak. Wenn ihr Bock habt, auf WePlay hier mit dabei zu sein in der Crew, dann könnt ihr mal den TS joinen. Der heißt myplayplanet.net. Ist, glaube ich, auch in der Beschreibung. Und, ja, könnt ihr dabei sein. Wir sind mittlerweile auch relativ viele. Also so abends füllen wir den Raum schon mit 15 Leuten. Das ist immer ziemlich cool. Okay, da ist ein Passivmodus. Ich glaube. Ah, ja, da unten. Die Gefahr ist gebannt. Der Krieg ist vorbei. Das heißt, wir bestatten dem mal einen Besucher. Ja. Ach, Mist. Das war schlecht. Das war einfach nur schlecht. Natürlich steigen die aus. Alex, was ist los? Gibt's ein Problem? Wir checken. Alex, Alex. Ja, ich habe ein Problem. Das sind zwei Spieler und mehr. Und die haben alle den Kicker auf mich. Sofort formieren. Oh, shit. Okay. Okay, Digga. Sehen wir. Eins ist sicher Arti-Cool. Der kann snipen. Der wurde gerade von einem Helikopter angegriffen. Alter, was ist denn mit denen los? Okay, der eine ist down. Komm, du gegen mich. Ah, das wird eine Geburt hier. Ich brauche Unterstützung. Ende. Ah, der ist zu Fuß. Alter, der hat mich gekillt. Also, der ist am Boden. Unfassbar. Evo Master. Der war aber auch total im Vorteil. Muss man auch dazu sagen. Ich gehe jetzt mal in den Passivmodus. Was ein Scheiß. Was ein Lappenkreuzfeuer war das denn bitte? Hallo. Der hatte noch einen Strich leben. Die sind, die sind extrem gut. Die sind echt gut. Ich brauche eine bessere Position, ey. Scheiße. Ja, die sind gut. Ich brauche Unterstützung sofort. Ja. Ja, ja. Ich muss mich erstmal um diesen Typ da im Helikopter kümmern. Ich habe auch meine Päckchen zu tragen. Also, so einfach ist das jetzt nett hier. Digga, hast eh keine Chance. Oh, shit. Der hat mich mit einfachen Raketen einfach abgeschlossen, ey. Verpiss dich, Kopf. Ich habe ein heftiges, äh, ein Schützenfest hier. Eine Schießerei. Die hat es in sich, Mann. Und dann ist nie einer da. Vor allem der ganze Server ist einfach voll und keiner ist da, wo richtig die Scheiße abgeht. Das ist so ungünstig. Lappen, ey. Oh, shit. Ja. Das ist immer, wenn der so dumm, wenn die Engine einfach so dumm ist. Ohne Spaß. Lappenhafter 2 gegen 1. Komm, Digga. Du gegen mich. Du auch noch. Komm. Komm. Was ist los? Was ist los? Ja, ist gut mit dem Basel. Ja, komm, ey. Ohne Spaß. Wie viele sind das denn? Das sind zwei. Wo bist du, Toni? Äh, ich habe hier gerade einen Feind mit einem Basel, okay? Ich habe es dir schon mal erklärt. Wieso? Du hast doch Raketen. Ein Basel ist doch kein Problem. Ja, aber doch. Irgendwie ist er ein Problem. Der ist schon nicht so schlecht mit seinem Kampfjet. Äh, mit seinem Basel. Wenn die zwei gegen eins machen, dann benutze ich auch den Raketenwerfer. Entschuldigung. Ist eigentlich eine Noobwaffe, aber... Man muss natürlich auch mal Ausnahmen machen. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Da ist der... Jetzt habe ich ihn. Komm, ist das alles? Ups, ey. Haben nichts drauf, aber können nur zwei gegen eins. Ich brauche da echt mal jemand. Bin auf dem Weg zu dir. Wo genau bist du? Ja, bin unten in der Nähe von diesem... Weißt du, wo sie mir auch die Autos haben will? Ja. Da ist ein Insurgent von uns. Das ist in der Nähe. Ah, jetzt... Jetzt... Jetzt ist die Kavallerie da. Das ist zu gut, dass es einfach nur Feier war. Dabei habe ich die schon ziemlich ge-yolo-swagged. Gete-bagged, wie auch immer. Wo ist der denn, Alter? Ich weiß, der ist da unten irgendwo. Okay, Death-Apfel hat den ersten. Haben wir nice. Ah, ich sehe schon. Ja, jetzt... Jetzt werden die Hosen nass, ne, Freunde? Ja, ich weiß auch nicht, wo der sich ver-campt, aber die sind irgendwo. Ich habe ein Problem. Oh, ich habe ihn aber noch gehittet. 1 zu 8. Herzlichen Glückwunsch, dein erster Kill, du Noob. Und das im 2 gegen 1 macht er den ersten Kill gerade. Und das, obwohl ich ihn vorher gehittet habe. Hätte eigentlich tot sein müssen. Ja, also dieser Arti, cool. Jemand muss sich mal um den kümmern. Hast du einen Kampf-Chat, Tony? Ja, aber ich kann den nicht erreichen. Der steht unter einer Brücke. Ja, doch. Du kannst, wenn du... Je nachdem, wie du anfliegst. Einmal erwischt. Oh, er ist umzingelt. Er ist umzingelt. Was, ein Hurensohn. Ohne Spaß. Rennt's noch weiter. Es ist ja... Ach, war es ein Lappen, weißt du was? Ah, jetzt ist er eh tot. Dann hätte ich hier in den Sticky gelegt, nicht gewartet, bis er wieder da hinläuft. Ja, es ist sehr viel Spieler-Bewegung. Mist, ich habe ihn irgendwie verpennt. Da, da. Oh je, da nutzt er die Weide. Ja, ich werde gesnipet von jemandem. Zack, so sieht's aus. Das ist Spezialagent. Das sind einfach die berechenbaren Loops, die immer dasselbe tun. Ich meine, jeder hat so seine Tricks, aber... Ja, ich versuche mal zu checken, wo der genau ist. Ich versuche den mal auszumachen, diesen Articool. Aber der Articool ist der bessere von beiden. Der hat mich auch die ganze Zeit umgebracht. Das war ja der andere, nicht? Oh Mensch, jetzt leckt das hier ein bisschen rum. Alex, das sind, äh, von der Crew sind, äh, hast du drei Leute. Also, wenn ihr das nicht schafft, weiß ich auch nicht weiter. Ja, ich weiß nur nicht genau, wo der Typ ist. Ich, äh... Spray einfach mal. Ich, äh, überwache mal den Luftraum. Das sind so ein paar Leute, die... ...wollen's wissen. Oh ja. Ich glaube, der Typ ist im Passiv-Modus. Oh. Oh, oh, oh. Der ist auf der Brücke. Nice, die haben den. Der ist in Passiv-Modus, soweit ich das jetzt mal sehe. Ja, der ist Passiv. Was ein Lappen, ey. Ja, das ist die Crew. Das ist die Streife, ey. Hammer nice. Hammer nice, den haben wir besiegt. Ich würde mal sagen, wir steigen hier... ...in den Truck mal ein. Ja. Ja. Mich hat einer die ganze Zeit gesnipert, aber... ...was die Leute nett verstehen, ist, dass das überhaupt nichts bringt. Weil ich bin dann raus, hole mir einen neuen Chat und... ...ja, eben, eben, gut ist. Aber es dauert jetzt vielleicht eine Minute und dann habe ich wieder einen nagelneuen Chat. Okay, der Articool. Ich gucke jetzt mal, was der für einen KD hat. Ähm. Der hat einen 2er-KD. Oh, Articool. Articool ist wieder raus. Das sind so die Passiv-Noobs einfach. Und wie kann es sein, dass er alle gekillt hat? Gute Frage. Da hat mich gerade einer gekillt, der war auf unsichtbar. Ne, Melikolus. Höhenvorteil mag ich gar nicht. Dat mag ich gar nicht. Und ich mag es noch viel weniger, wenn sich jemand ein Passiv macht... ...und auf den richtigen Moment wartet. Das haben wir schon in der letzten Folge. Und jetzt ist er wieder ein Passiv, der Hurensohn. Weiß der, ey. Das sind Leute, die melde ich einfach. Weil das einfach an Lappenhaftigkeit nur mal zu überbieten ist. Melden, weil du einfach ein behinderter Spast bist. Aber das ist hier nicht aufgelistet. Hm, was machen wir? Spielbehinderung. Der will's wissen, der Typ. Der will's wissen. Okay, weg hier. Oh, sein zweiter Kill. Herzlichen Glückwunsch. Okay. injuries. Geh, geht's. Herzlichen Glückwunsch. Nicht mit mir. Oh Gott, der brennt ja fast, die Kiste. Da kann man nicht mal mehr rein. Ach komm. Ich hau einfach ab. Der Artie ist, glaube ich, wieder raus aus Passiv. Da ist einer, der will mich unbedingt runter-snipern. Schafft der Typ? Es seinen dritten Kill zu machen? Leider nicht. Okay, ich mach mal Sterne weg. Das war jetzt, das war wirklich ein schweres Gefecht. Eigentlich, obwohl, gut, dieser Artikel. Pass auf, da ist einer. Der heißt Nimicus. Und der hat mich die ganze Zeit gesnabert, so lange, bis ich down gegangen bin. Und der hat sich vercampt auf einem Hochhaus. Und es wird Zeit, den mal zu nutzen. Ich glaube, ich kenn den schon. Ich hab jemanden auf dem Macebank Tower getötet mit dem Chat. Kann das sein, dass der war? Der hat mich auch gesnabt. Nee, aber ich hab keine klare Sicht. Ich weiß schon, wo er ist. Ich weiß, auf welchem Gebäude er ist. Aber, kann er genau sagen, wo. Mechaniker. Wenn ich weiß, wo er ist, dann ist er am Arsch. Dann werde ich hin. Dauerkennen. Der ist immer noch auf dem Gebäude. Also, obwohl, Kuruma wär besser. Kuruma ist immer besser. Ich fahr da jetzt hin, im Passiv-Modus. Geh zu dem Hoch. Und dann, wenn er nicht damit rechnet, mach ich mich aus Passiv raus und kill ihn. So mach ich das jetzt. Weil, tut mir leid, aber auf dem Hochhaus vercampt ist das das Letzte. Also, meiner Meinung nach. Ja, ist er auf dem Hochhaus, oben auf dem Dach drauf? Der ist auf diesem Hochhaus, das so eine Baustelle hat. Ach so, ja, das ist wirklich blöd. Und das ist blöd oben, weil du hast halt keine konkrete Sicht. Man weiß nicht, wo der ist. Ja, was du tun könntest, sollten wir auf ihn anheuern. Nee, die erreichen den ja nicht da oben. Ich fahr da jetzt hoch, im Passiv gehe ich da hoch zu dem. Und dann, wenn ich bei ihm bin, mach ich mich aus Passiv raus und kill ihn dann. Der Sniper hat nämlich schon die ganze Zeit rum. Also, das ist einfach nur lappenhaft. Ein Fall für Haftbefehl. So, folgendes, ähm, Baustellenhaus, okay. Baustellenhaus, vielleicht, da ist ein Panzer, alter. Da ist ein Panzer. Wo muss ich den erstmal blätten? Oh, du bist mit Pegasus-Lifestyle-Management. Wie kann ich mir helfen? Dein schönes neue Flugzeug ist auf unserem nahesten Flugzeug. Wir hoffen, dass du sehr glücklich bist, Herr. Interne Durchsage an die Homeland Security. Wir haben einen Spieler, mit dem Namen NEM-Minkus. Der hat jetzt gerade einen Spieler gekillt. Ähm, das ist Spieler Priorität Stufe 1. Er befindet sich auf einem Hochhaus, das derzeit noch im Bau ist. Ihr habt alle erlaubt, einen Spieler zu töten. Gut, dann ist die Durchsage raus. In Searchant 1 hat verstanden, wir sind unterwegs. Ja, das war der Tim. Ja, das ist, das ist schwer. Ich muss auch sagen, ich hasse das Gebäude. Weil das halt wirklich total blöd ist. Die Person befindet sich möglicherweise auf einem Kran. Was auf einem Kran? Und wenn das jemand prüft, dann würde ich anfliegen. Ja, ich habe jetzt konkrete, eine konkrete Position. Ich kann dir die gleich geben. Fahrwerk verlangsam rum, bombardieren. Warte mal, warte mal. Bleib auf Standby. Bleib außerhalb seiner Sicht. Fliege um das Gebäude ziemlich nah. Dass er dich nicht treffen kann. Oder geh hinter den Hochhaus. Er hat das Feuer eröffnet, Alex. Ja, irgendwas höre ich da auch. Er ist auf einem gelben Kran. Er ist auf dem Kran, Alex. Sehr gut. Sehr gut. Ziva Zone down. Ziva Zone down. Tim hat ihn gesnipet. Nice. Wie hat das Tim gemacht? Ich hatte gedacht, er wäre so schwierig. Ja, wenn du nicht weißt, wo der ist, ist es auch schwierig. Aber jetzt, wo ich hier bin, weiß ich, wo der ist. Ich habe Tim ja den Hinweis gegeben, wo er ist in etwa. Und wenn man dann, dann kann man ja ziemlich leicht dann was machen. Ein totaler Lappen ist das. Weißt du das? Der müsste jetzt mal richtig von hinten geholt werden, dass er mal weiß, was Sache ist. Die sind ausgestiegen. Mist. Weil ich wusste, wie gesagt, ich wusste nicht, woher das kam. Da war ich in meinem Kampf, war kurz einfach mal AFK. Und da hat er mich rausgesnipet, ja. Ne, Menkos. Ne, Menkos. Ne, Menkos doch. Ne, Menkos. Ne, Menkos oder wie der heißt. Ne, McDonalds muss. Ja, ich fliege gar nicht. Nats den mal, ne? Ja, Nats den mal. Alter, Dicker, was ist das jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, wieso kommt dieser Piepton so spät, Alter? Oh, er ist rausgegangen. Er ist gelieft. Ja, ja, das Spiel verlassen, dieser Menkos. Ja, aber da ist immer noch dieser Träger und der andere. Kryptos. Nice, das ist Kryptos. So was hatte ich jetzt auch noch nicht. Das ist, dass einer sich einfach oben verkämpft und schießt einfach auf Kampfchatz. Lappen. Ja, Kryptos hat das Feuer auf mich eröffnet. Och Gott. Wisst ihr, ein Hubschrauber kann kein Duell der Welt gewinnen gegen einen Kampfchatz. Und ich zeige euch jetzt mal, warum. Der ist jetzt da. Und er hat keine Chance, sich zu verteidigen. Wirklich überhaupt gar keine Chance. Heute kann es regnen. Wenn wir noch ein paar Leute mehr wären, könnten wir das das Gebiet Los Santos zum Sperrgebiet erklären. Aber dazu sind wir zu wenige. Und dafür sind das viel zu viele hier im Zentrum. Ja, klar. Wenn wir zu wenig sind, sind die anderen zu viel. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs wissen, sechs Leute. Das ist zu wenig. Ah, der hat sich gerade noch gerettet. Sollen wir den Pickup in solchen holen, Alex? Ja, oder? Ja, lass mal zusammen rumfahren. Lass mal zusammen rumfahren. Okay, wo bist du? Weil immer Kampfchat ist, glaube ich, auch so ein bisschen langweilig für euch. Wir machen das mal wieder auf klassische Art und Weise. Wo bist du? Ich sehe, ich sehe, wo du bist. Ja. Bist du auf diesem Baustellengebäude? Aber manchmal, da bietet sich das einfach so schön an, jemanden zu töten. Zum Beispiel dieser Tricker, der winzelt förmlich. Da unten ist er. Ja, ja. Also dich hat der rausgesnipet. Bin mal gespannt, ob das ihm nochmal... Nein, nein, das war dieser Nemkus. Das war der, der gecampt hat. Aber stimmt, dieser Tricker hat mich vorhin rausgesnipet. Der hat dich aus dem Cockpit rausgesnipet. Aber der hat mich halt nur einmal gekillt und das war dieser Kill. Da habe ich den sechs, siebenmal gekillt oder so. Da unten rennt er einfach? Ja, wo treffen wir uns? Nee, das ist ja gar nicht gewesen. Wo treffen wir uns? Der Farbfell verfolgt jemanden. All over now, this is the Los Angeles Police. Wer war das denn? Der Farbfell hat jemanden gekannt. And you missed the opportunity. Was war das? Ich glaube, wir haben einen Hacker auf dem Server. The Blood. Rest our work. Hold over now. You missed the opportunity. Kann der auch mehr als die drei Worte sagen? Der war jetzt assi. Also das ist einer, ich weiß nicht genau, wo der ist. Moment. Der ist auf dem, der ist auf dem Baustellengelände und der hat mich anscheinend abgeschossen. Mich hat gerade einer mit dem Hubschrauber gekillt. Da ist Y-T, der hat mich schon zweimal gekillt. Der kam aus dem Nichts. Ja, es ist irgendwie seltsam. Ich wurde auch gerade aus dem Nichts getötet. Mein Chat hat auch nett rumgeraucht oder so. Sondern ich war einfach tot. Was irgendwie seltsam ist. Kann das sein, dass es der Typ war, mit dem du zu kämpfen hattest, der vorhin schon einen Hubschrauber hatte? Ich hol mir mal diesen Treecar. Weil der einfach noch einmal sterben muss. Das war zu einfach. Weil hier ständig Leute auftauen, die mich killen wollen. Das war zu einfach. Wo ist der Hubschrauber? Ich kaufe mir glaube ich jetzt den Panzer, weil für solche Gefechte ist er gut. Wenn da keine Hydra in der Luft ist oder so. Der Blatt, der ist da vorne. Der ist da vorne rechts. der, wo mich abgeschossen hat. Oh. Hi. Bist du das? Nee, guck mal, Masse. Da vorne, ich sehe den, der ist auf dem Dach. Ich sehe den. Ich snipe den. Ich snipe den. Ja, der ist da oben. Der sieht aus wie eine Bestie, Herrgott. Alter, die dummen Bullen. Oh, Mensch. Alter, die sind unfassbar. Oh, Mensch. Klappen. Achso, jemand anderes hat ihn schon. Okay. Okay. Okay, ich habe ein Panzer, Alex, bereit halten. Da scheiße ich doch klar drauf, auf die 12500. Ja, ich schließe mich der Gruppe an, okay? Boah. Alter. Alter. Wir rasieren. Wir rasieren gerade einfach. Ah, nee, der gehört zu uns. Das bist du, Tony. Hast du jetzt Panzer gekauft? Ja, warte. Das ist blöd, dass du ihn nicht wartest, aber da ist er. Da ist er ja. Okay, das lässt er sein. Wunderbar. Kolonne. Kolonnenformation, bitte. Okay, da vorne, der Lames, der gibt den Takt dann. Na, der fährt einfach viel zu schnell. Aber die Richtung, die gibt er an, ja. Da ist einer mit Kopfgeld, aber warte, ich gucke mal, wer das ist. Die sieht den Lissi. Nimmst du uns das auch noch vor Ort? Und uns verfolgt jemand. The Dukes Seppel. Wir fahren mal rüber zu den feindlichen Spielern. L.S. Customs. Ja. Der hat auf dich geschossen, oder? Positiv. Der ist auf dem Dach. Der ist auf dem Dach. Ja, der ist auf dem Dach. Auf welchem? Auf dem Dach von L.S. Customs. Auf dem höheren oder auf dem tieferen? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, das beste Vorgehen hier ist einfach, da vorne hochzurennen. Der ist oben. Ja, ich weiß. Ist der oben, oder ist der schon tot? Der lebt noch. Jetzt kommen die nervigen Bullen auch noch. Oh, shit. Nein, das war natürlich saudumm. Tötet mich halt, ihr Dummen. die haben keine Ahnung. Da meint auch, er wäre unbesiegbar auf dem Dach. Das ist ein Mongo. Gebt mal Deckung, gebt mir Deckung, Toni. Gebt mir Deckung mit dem Panzer. Ich komme hoch. Achtung, pass auf. Der ist da, er ist da, der ist da direkt. Ja, das Problem ist, das Problem ist, das Braychen halt zu. Zack. Ich habe den Posten eingenommen. Ist clear. Ist clear. So, jetzt geht es dir mal an den Fragen. Ja, wir sind hier auf Alarmstufe Rot. Haben wir nicht so oft, ne? Das soll Spieler so Widerstand leisten. Ja, der hat sich halt gut vercampt, einfach. Bevor ich noch Slin Dynamic heißt der. Da verpisst ihr euch mal, Mann. Wo ist der gespawnt? So. Alle Sorgen mit einem Sprung vorbei. Ja, komm, komm, trau dich. So. Slim Dynamic, äh, Slim Dynamic, so. Ah. Der hat gerade zwei Leute getötet. Das ist natürlich nicht so cool, ne? So, wie viel sind wir denn? Ich mache mal eine Bestandsaufnahme. Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute. Ich bin die Kopflos. Ich komme jetzt auch mal zu denen. Auf dem Sauer auf dem 24 Leute sind. Wir sind fast die Hälfte. So, jetzt ist der Kurum, äh, der, der in solchen Wies jetzt zerstört. Ist halt etwas blöd, aber, der Tribut muss sein. Morse Mutual Insurance, wie können wir helfen? Ich schaue es mal. Äh, brauchst du voll Unterstützung, Alex, sofort. Kriegst du, kriegst du. Das ist ein anderer Pickup Insurgent. Aber es war extrem blöd, weil in dem Moment, wo der aufgekreuzt hat, wollte ich Läster anrufen. Und, äh. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich snipe die. Ich snipe die. Bleib mal weg. Das war der Erste, aber den... brauche schwere Bodenunterstützung. Kriegst du, kriegst du auf jeden Fall. Komm, du gegen mich. Du L1 gegen 1, Mann gegen Mann. Geht beiseite. Oh shit, die haben mich ratzfatz umgebracht. Das ist so blöd. Cops, deswegen bin ich lieber in der Hydra. Jemand, apropos Hydra, Lara hat eine Hydra. Sah das gerade nur so aus oder versucht Lara mich anzugreifen? Feuer eröffnen, Feuer eröffnen. Die Frage nach dem warum erklärt sich mir nicht ganz. Da ist einer, der hat Kopfgeld und keiner schießt auf ihn, lol. Achtung, brace yourself. Oh shit. Also die Lara hilft mit mit der Hydra. Ist immer wünschenswert. Hi. Hey, Toni, du hast mir den Kill geklaut. Steig ein. Schnell. Schnell. Sag keinem was. Sag den Cops nicht, dass du hier drin bist. Die Scheiben sind getönt. Keiner wird dich sehen. Hey, rechts. Da vorne, 12 Uhr. 12 Uhr, Digga. Wer war denn das? Ich hab noch auf ihn geschossen. War das der? Das war doch nicht der, das war dieser Typ. Nee. das war der, der hatte Raketenwerfer in der Hand. Quatsch. Der ist gerade über den Zaun gesprungen, als ich ihn umgefahren hab. Feierlinie. Ey, hier geht ganz schön die Post ab. Hier geht echt die Post ab. Wir sind im Kriegsgebiet. Guck mal, das sind alles Leute von unserer Gu, die hier sind. Ja. Das ist einfach übel. Es ist übel, wie präsent wir hier sind. Ich werde eventuell nochmal einen Panzer anfordern, weil das ist hier ganz einfach unvermeidbar. Lass mich einsteigen. Wir holen uns diesen Slim irgendwas Typen. Lass rechts fahren. Hey, wo fährst du hin? Wo ist der denn? Geradeaus? Geradeaus? Das ist dieser, der wo etwas dunkler ist, gefärbt, etwas so leicht rot. Jaja, ich hab ihn auf dem Schirm. Okay. Achtung, Spieler, 12 Uhr. Ja, 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 halt an, halt an, halt an. Lad mich hier aus, lad mich hier aus. Fahr du weiter. Ja, genau, du andere Seite. Okay, move. Oh. Der benutzt nur Explosives, der Typ. Pass auf, deswegen hat er uns auch so gekillt. Ich weiß ganz genau schon, was der macht. Oh shit. Okay, das war das Dümmste, was ich tun konnte. hast ihn. Ja, hab ihn. Alter, der hat hier alles vermint, ey. Ja. krasser Typ. Komm, wir verschwinden von hier. Mist. Oh, ich hab den zu spät gesehen. Ich wusste, der ist da, aber da waren nur Cops. Blöd. Boah, das ist krass, wir sind hier voll im Krieg. Kriegsgebiet, ja, aber wir haben genügend Leute. Wir brauchen Pick-up Insertions. Ganz viele. Ich guck grad mal, ob die Einstellung korrekt ist. Der hat dich umgebracht, oder? Nee. Nee, sind einfach gestorben. Muss jetzt grad mal gucken. Moment, wo war das denn? Spielerpriorität. Na, nur Fremde natürlich. Ganz klar. Mal gespannt, wie gut du bist im Snipen. Ah, nee, das ist ja im Arsch der Welt. Nice. Alter, hier sind viele gestorben. Was war da denn grad los? Keine Ahnung. Alter, das ist ja heftig. Das ist heftig, ja. Was ziehen die hier ab? Wir brauchen schwerere Waffen. Das Problem ist, wir sind so viele von unserer Crew, dass ich keine Übersicht habe, wer da jetzt wo ist. M sitzt es vor Ort. Da setze ich mich mal gleich ans Geschütz. Tja, wenn sich eine Leiter so anbietet, wie in dem Fall hier, dann nutze ich die. Oh shit. Wo ist der hin? Leckt der einfach nur rum? Was hat er da grad geschossen? Alter, da snabbt einer auf mich, glaube ich. eigentlich ansorschend. Grundgütiger. Ähm. Wir haben ne, wir haben ne Krisensituation. Achso, das ist, oh Gott. Das ist Robert. Ach, du grüne Neune, das wär fast schief gegangen. Ja, dann grüßen wir den mal. Sei gegrüßt, Robert. Robert aus dem Hause bei Harteon. Oh man, wir sind hier wirklich im Krieg, ey. Anders kann man das nicht sagen. Ich springe, Leute, ich springe. Alter, ich springe. Oh shit. Was geht hier denn ab? ich werd jetzt nochmal die Hygiene wiederholen, weil so ein Botenkrieg mit so vielen Bodenleuten ist schon heftig. Ne, Moment, aber mit dem da vorne ist noch ne Rechnung offen. Der hat mich umgebracht. Oh Gott, oh Gott, das wird wieder, das wird wieder so ein Debakel. Oh shit. Wo ist der? Wo ist der? Scheiße, Mann. Die Cops. Er wird Granaten. Spaß, dann snipe ich dich halt. Ja, das war einfach nur so lappenhaft rumgecampt von dem Noob, Alter. Sowas macht mich einfach nur böse. Das sind Leute, die haben gar nichts drauf. Oh. Und tschüss. Oh, das war der falsche. Sorry. Mein Fehler. Ich nehme mal keinen Insurgent. Jemand hat einen, äh, jemand hat einen Hubschrauber. Jemand hat einen Hubschrauber. Der ist da unten gespawnt, ey. Mal sehen, wie gut du jetzt bist. Adios. Ich bin besser am Boden, wenn ich allein operiere, wie in so einem Insurgent, finde ich. Ja, da unten ist er. Komm, was kannst du? Kannst nix, ja. So sieht's aus. Du kannst einfach gar nix. so hier kann ich besser snipen, das ist gut. Alter, jetzt sind da oben zwei. Das ist ja, das ist ja, ja. Sehr geil, die haben die. Nice. Die werden einfach rasiert, ey, lol. Das ist auch zu gut. Tony, wie sieht's aus? Ah ja, ich hol mir jetzt einen Panzer. Okay, ich hol mir eine Hydra, aber, ähm, wie das weitergeht, das, äh, gucken wir dann mal in der nächsten Folge. Vielleicht hören wir jetzt auch auf mit einer Aufnahme, weil es ist jetzt schon mittlerweile ziemlich lang geworden. Ich glaube, das ist so eine Stunde oder so an Aufnahmematerial. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt mal hier. Wir hatten einen heftigen Fight. Es war schon so eine Art Krieg. Wir hatten aber genug Leute, um den zu meistern. War wunderbar, deswegen bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei der Crew, die hier ausgeholfen hat. Und natürlich bei dir, Tony. Ganz klar. es war natürlich, es war wirklich schon, wirklich schwer. Es waren sehr viele Feinde. Und, äh, da ist man dann schon froh, wenn man zumindest halbwegs in Überzahl ist. Ja, aber hat gut funktioniert. Hat Spaß gemacht. Hat gut funktioniert, ja. War sehr, sehr geil. Hat mich echt gefreut. Ja, ansonsten war es das von uns. Schreibt mal in die Kommis, was ihr so denkt, was wir noch machen sollten. Und, äh, dann machen wir das. Ja, ansonsten, ciao, bis zu einem anderen Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.